Hallo zusammen, ich heisse Charissa und arbeite in der IT-Abteilung. Ich bin seit zehn Jahren bei der CKW, momentan bin ich Business Analystin und Product Owner. Meine Hauptaufgabe ist, Bedürfnisse und Datenanalyse durchzuführen. Die umgesetzten Anforderungen werden regelmässig unseren internen Kunden vorgestellt. Dementsprechend bin ich das Bindeglied zwischen der Fachabteilung und dem Entwicklungsteam. Der Austausch mit diversen internen Kunden aus unterschiedlichen Abteilungen bereitet mir sehr große Freude. Bei der CKW habe ich vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben mit viel Freiraum für eigene Initiativen. Auch haben wir ein breites internes Kursangebot und Unterstützung bei externe Aus- und Weiterbildung. Ich arbeite 80% und mache nebenbei mein Studium als Wirtschaftsinformatikerin. Mein Einsatz wird wertgeschätzt und belohnt und das motiviert mich umso mehr. Wir sind ein kleines, eingespieltes und selbstorganisiertes Team. Wir motivieren uns gegenseitig und unterstützen, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen. Die Voraussetzungen für den Job sind strukturierte und konzeptionelle Vorgehensweise, IT-Affinität sowie Kommunikationsfähigkeit und mehrjährige Berufserfahrung in der Businessanalyse. Ich schätze die flexible Arbeitszeiten und das Arbeitsklima sehr und darum kann ich CKW nur weiter empfehlen.